Adventure Mode Ernsthaft? Ja, ernsthaft Hallo! Oh Eins, zwei, eins, eins, zwei, eins... Oh nee, falsch Alleine, das F hier ist drin Zwei, eins Eins, zwei, eins... Ah, stellen wir noch mal her Aber ist das gleich grad verschwunden? Ja klar, wenn du Adventure Mode anhatst, dann ist das verschwunden Wenn aber nicht in Adventure Mode, ich mach gleich auf Game Mode 0 wieder Wenn nicht so wie du Wie geht das wieder aus? Ja, weil ich nicht wusste, dass wir in Adventure Mode hatten Ja, dann guck mal lieber richtig rein in dein Inventar Ist nix, außer das, was ich mir grad geholt hab Jaaa Weg hab ich auch nicht mehr, wo das drin sein kann Toll Hast du Knölle gemacht Ja, hast du gut gemacht, ich weiß Ja toll, ich hab gleich kein He... Ich kann gleich kein Eisen mehr erstellen, weil ich von dem Zeug nichts mehr hab Ich hatte eine Masse, ich hatte mal die Kiste voll Von welchem Zeugs? Dass ich Wasser herstellen kann, H und O Ja Das ist jetzt alle Alle is it Das brauch ich noch für spät, brauch ich noch für Alchemie selbst Um Um Ach jaaa Noch mehr Bei Was ist so? Q-Hop Ich könnte es in Sachen... Song der Menschen? Jürgen der Menschen Jürgen der Menschen Was steht hier? Was ist das? Er war doch mit dem Nether-Portal oder so ein Quatsch Aber das andere ist ja schon erledigt Mhm Achso, Klein Reward Achso, die Whales Ja super, genau Power Whales Nämlich So teuer herzustellen Oh, Core Hast du gelesen? Hm? Das ist eine Core Er hat erzählt Er hat erzählt Habe ich gerade gar nicht so viel getan Hier, was bringt das? Äh, hier Tu das mal hier in die Kiste oben rein Achso, da gibts mir Achso, das ist Genetic Genetic habe ich hier hinten eingepackt Nein, die packst du zusammen wieder Irgendwann hat man einen Diamond-Block Hier oben habe ich schon Nämlich einen Block auf Diamond Slap Na hier Ja, Spaß Ja, hab ich doch schon gemacht Ja, ja Immer wenn du solche Dinge hast Einfach zusammenkönnen Ach je Das weiß ich doch Äh, das... Weißt du nicht? Halt zum Haul Was macht... Was kann man denn in Venture-Ding reinpacken? Eisen kann man nicht reinpacken Kann man nicht reinpacken Oder kann man gar nichts reinpacken Das ist jetzt gar nicht lustig Oh, ich habe noch 10 Obsidian Ja Kann ich hier reinschmeißen Ach ja, wo habe ich ein Feuerzeug noch? Ein Feuerzeug? Was hast du vor? Gar nichts Ich habe das nur alles aussitiert Was ich im Moment habe Was ich nicht brauche Ich muss wieder so ein Buch herstellen Hm, shit Ich muss wieder so ein Buch herstellen Ja Warum ist dieses Obsidian-Biom schon wieder da drinne? Wo ist das andere? Wo ist das andere? Mehr nicht DIAMOND BLOCKS Jetzt sind wir 16 Mach mal Jolo, wo ist das Ding jetzt? Äh, Armee System ist auch schon wieder alle, ne? Ja, mit was hast du es denn angeschlossen? Hier, es fehlt auch ein Kabel Da oben Ach nee Weil sonst halt das andere nicht funktioniert Du hier mal kurz alles rein Ja, ähm Ach man, einfach Solar-Generator oder was? Ja, toll Wo ist jetzt diese Scheiß? Hm? Sag ich, dass man da nicht wieder dran kommt An das Ding An welches? Ja, an das Ding jetzt Für Bambus Lost and Found Hell, Biosphere Ja, das Ding ist weg, ne? Sag mir nicht, du hättest bestimmt im Inventar gehabt Eigentlich nicht Oh, wie kommen wir jetzt an Bambus? Ja, und der X2 Plus an Nee, der steht noch hier, Gott sei Dank Scheiß, Obsidian-Felder Kann ich da herstellen, Obsidian Geht einfach Super, jetzt muss ich Ah, Sugar Sugarcan Hat noch irgendwo was, wo wir die ganzen Disketten kriegen? Das sind für die anderen Ja? Ja Das ist für die anderen 6 fache Menge, 12 Ich bin aber der Meinung, ich hab die da rausgenommen Ja, und vielleicht im Inventar gelassen Aber nur vielleicht Boah, so ist das gar nicht Boah, so ist das gar nicht Naja, ich kann da schon gar nichts herstellen Bin ich ja froh Na, dann pflanz ich die auch unten an Weil ich jetzt kein Zucker mehr hab Oder Zucker nur in der Küste wäre Wow Die ganzen Eimern sind auch weg Jetzt auch mal verbraucht Frechheit Achja... Passiert Passiert, genau, das ist eines sehr wichtig Achja, es ist passiert Passiert Dankeschön jetzt habe ich was hergestellt jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm ja toll wenn da noch was drin ist ich brauche unbedingt drei 1 2 3 und sonst hätte ich den zucker verballern müssen wirklich hingesetzt werden sollte ich kann die rezepte eintragen ach ja wie oben da ist das buch her da habe ich noch mehr kann ja auch noch was reinpacken zack 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 also rein damit einmal ein eimer will ich noch halten ich habe hier nicht viel gehabt mit wie soll das denn registrieren muss ich das so und dann vielleicht das ist jetzt eingeschrieben worden wie schreibt ihr das denn rein ich habe das trotzdem schmiss gemacht trotz keep in me in turbin ok so speichert ihr das rein und ist klar ich das buch mal rein